hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der ensam gebirge v3 wieder mit dem patrick heute mit dem sascha und mit dem leo keiner es ist fertig gemäht es ist fertig geschwadert und was machst du jetzt patrick abdüngen meister ich habe noch gewichte nehmen haben wir nicht schade war jetzt nämlich zum sascha hoch und werde da ein bisschen helfen der silo zu verdichten damit wir das relativ schnell abgedeckt bekommen der leo ist noch am kobern oder genau sehr gut und dann müssen wir uns bald die sehmaschinen schnappen und ansehen werden wir aber nicht so viel haben weil wir haben noch zwei sehmaschinen glaube ich ne was für ding klug scheißen warum warum nicht was ist klug scheißen leo klug klug ich dachte das wort heißt immer klug ok ja klug sagt haben wir das immer schon so gesagt ich meine wir haben das immer schon gesagt nein 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 das will ich jetzt nicht bestreiten aber trotzdem haben das alle verwendet werner der werner ist kein netter mensch besser zum trinken was ohne witz was trinkt ihr eigentlich so neben dem pc cola oder es kaffee ich bin eigentlich jetzt komplett nach wasser umgestiegen tatsächlich doch also wasser ist schon wasser schon geil wasser wasser kannst du mir nicht was schon ich habe durst sprudelwasser oder ohne ohne sprudelwasser mit geschmack tatsächlich okay was für ein geschmack die drohne okay also fand da spreche für arme oder was richtig cool das leo ist ein fieser fieser mensch wasser ich denke mineralwasser richtig was gesundes schnell kommt da daher sprudelwasser mit zitronengeschmack wurde was hast du gesagt ich habe nur ja gesagt sprudelwasser mit zitronengeschmack es ist ein moment lass mich gucken das habt ihr habt ihr römerquelle nene dann kannst du schon vergessen dann kannst du schon vergessen kann man das essen nee man kann es trinken ist doof nee man kann es trinken wird überbewertet trinken okay du kannst das auch so machen wie der leo der macht sich morgens zwei liter kaffee was machst du dir ja doch ja gedacht genau kaffee gut das ist kein kaffee was du machst doch das ist das ist da kommt kommt genug kaffee rein für eine afrikanische familie zum monat bei mir auch weißt du nein nicht im monat wie viel machst du das machst du so ein voller tomaten oder wie machst du das hat er nicht hat da hast du kapsel atomat kapsel hat er ja kapsel wie viel kapsel machst du da rein zwei stück zwei hier brauche ich ja für ein kaffee verstehe ich nicht hatte gerade zwei gesagt hat zwei gesagt ja inwieviel liter wasser ja wenn ich ich werde das nächste mal dahin gehen und alles ausmessen er weiß weiß ich doch nicht bis die tasse voll ist das ist die bg-tasse ach so die bg-tasse okay ich habe noch keine bekommen ja ich hoffe du schimmst dich ein bisschen meine ist übrigens so leicht kaputt gegangen was hast du gemacht ja die ist mir da musst du selber dran schuld sein weil die hat eigentlich schon einiges aus eigentlich schon ja wir haben extra geguckt dass es keine billigen tassen sind sagen wir mal so wie es ist also die müsste eigentlich schon einiges aushalten diese tasse ja bei mir ist dieser henkel da abgebrochen ich verstehe nicht wie man das machen kann ja ich habe die halt auch verarbeitet und dann passiert halt du hast eine pg-tasse bei der arbeit das war ja ich natürlich das war ja ich bin ja mehr auf der arbeit wie zu hause na also na gut das kann dem leo nicht passieren was hat auch lange genug gelernt dafür wie man es macht oder war zum beispiel okay was liegt an soll ich mit ansehen ja du musst hier bleiben und mit damit an drücken bitte ja ich bringe nur in den ladewagen wieder zurück herr werner ja hier ist einer was hättest du von der großartigen idee ihr macht das jetzt da fertig nicht ja und dann spuren wir die zeit vor und kaufen uns noch zwei von diesen sie maschinen und einen weiteren traktor und dann werden wir gleich mit vier leuten ansehen leo ja ganz ehrlich ja das machen wir so so haben wir fertig meister ich bin mir sicher dass man am sie doch keine kreise dreht was hoch und runter ich glaube man kann schon sagen dass es mit gewicht zehnmal schneller ging dann kauft er noch welche die kostet nichts ich kaufe gewichte ja wir fahren noch mal zum hof ich bin gerade am hof ja ich kaufe es gleich vier gewichte ja und dann lassen wir die gewichte aber an der bga stehen ja kann ich jetzt schon kaufen lassen wir mal ganz kurz gucken ich hoffe dass sie nicht so viel kosten wow fett gewicht 3700 ok ok was kosten die normalen gewichte ach kann man kann man sich leisten 1 2 3 4 so moment also die holen wir mit dem händler weißt du wo der händler ist ja ja wir holen die da ab ist besser weil sonst treffe ich wieder irgendwas wo die jungs gerade dabei sind dann gibt es wieder er hat irgendwas zurückgesetzt wenn wir schon er wollte wenn ich den kleinswort mit reinnehmen da war so richtig ja richtig schon praktisch ist ein bisschen schwierig nächste woche kann man ja machen der leo schreibt es auf seine to-do-list dann passt das haben wir schon sehen maschinen eigentlich die maschinen haben wir die stehen ganz hinten am hof musste ganz geradeaus durchfahren parallel der straße und dann im letzten im letzten schupfen ganz hinten sagt man schupfen ja sagt man schuppen 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 wie auch immer das hier erst mal stehen das tausender gewicht kannst du machen alter werfer gewaltigt hat gerade sein lenkrad mein sohn das das leidet ja das höre ich bis hierhin ja ich habe meint gar nicht angeschlossen was ja das kam ein bisschen spontan vorhin ja das muss so die spontan sachen sind die besten werner ja hier ist einer aus zwei gewichte hinten wäre besser an der pga ja wäre auf alle fälle besser weil ich schwimme durch die gegend am händler steht noch eins kannst abholen das ist das von mopsi das braucht jetzt gerade nicht er hat nämlich zwei neue bekommen bisschen schwerer ja bitte wer ist auch da ich habe gedacht du bist eingeschlafen ja ich nein ich bin nicht eingeschlafen so da wären wir jetzt zwar mal zum sie doch wir haben jetzt noch stolze 1708 der flüge hat keine von der konsole gedöhnt glaube ich aber mehr als zwei bringt sowieso nicht rein wie erst zwei geht ja nicht alter schwede dieser druckluft mutter ist richtig geil in den gut der ist richtig cool wir haben ja an der pga noch sehr viele ablader stellen wenn wir hof mal keine kein platz mehr haben dann können wir hier hochfahren weißt du was moment mal wir müssen doch eigentlich schon gülle genau wir haben schon gülle hier das ist gut könnte uns die gülle fast kaufen by the way aber erst mal brauchen wir geld ne das ist so aber da bin ich jetzt schon bei bei dabei sieht das ist sogar richtig cool aus naja das blinken geht mir bis auf den auf den auf den das geht viel schneller ich habe jetzt schon seitdem ich jetzt hier bin sechs prozent also die gewichte machen echt was aus patrick hast du schon angefangen zu sehen ich stelle gerade ein gps kurs ein bist du vielleicht ein bisschen warten wenn du jetzt gleich anfängst und wir spielen dann vor dann hast du ein halbbreifes feld da ich habe ja aber erst was angestellt okay warte einfach ein bisschen oder wie ja gut warte einfach ein bisschen die kennt schon mal ich bin doch immer am grubbern da kann der gute patrick so mal den von beide von der konsolen hoch bringen wird gemacht das ist ja wirklich also man sieht schon dass wir jetzt viel viele mehr gedöhnt haben hier drin wir müssen ja bis zum bis zum rand hochfahren schon also dass sie noch mal gesehen leo ne so voll bist du mal rein guck mal rein ganz kurz scotty abbeamen okay cool weil das ist ja schon echt schon einiges ne schon ganz oben ne da haben wir drin 160.000 okay da kommt da kommt einiges auch an coolen zusammen vielleicht haben wir glück und krieg noch mal ja nachfrage das wäre dann natürlich ja leo man kann es auch übertreiben ne also das wäre schon dann schon ziemlich geil das wäre ziemlich geil alter das wäre richtig fett hier ne ich will ein fett 939 dann ne doch zu früh ne okay du kriegst einen fett 939 als modellauto kriegst du das ja cool aber 1 1 18er maßstab bitte ne damit das in meiner sammlung warst ne als sammelkarte boah sammelkarte ist aber übel was habt ihr auch in der schule früher diese ähm hat da mit autos ihr wisst was ich meine ne gibt es das nicht mit trecker das wäre ja auch geil ich glaub das gab so und ja ja also ich für die leute die nicht wissen wovon wir sprechen das ist das ähm wo du gesagt hast ps und und was war da noch Quartett Quartett nennt man das Quartett genau alter das war richtig geil was gemacht ja 100% 10.000 special abo fahr mal raus hier raus hier raus hier raus hier ja das dauert noch zwei monate leo haben wir noch zeit also ja dann kannst du Quartett mit den zuschauern spielen so hat er zugemacht hat er so der zieler ist zu ich speichere einmal ganz kurz ab jo passt äh die gewichterstellen jetzt erstmal an die seite gestellt da kommt die wiese mit der ersten Kursole hoch wiese dann bist du vorbeigefahren ja mit schwung hier rein und direkt falsch la mock mich nicht Werner ich? ok ich lass das nächste Mal das ist deine einzige möglichkeit zur kommunikation richtig oder mit Hände und Füßen das ist ein bisschen doof bitte wie? ich hab dich jetzt nicht verstanden ich hab beide gleichzeitig geredet und deswegen ist nix angekommen nix angekommen? ja es hat sich überschnitten aha das ist komisch weißt du was das Problem daran ist? ich weiß nicht mehr was ich gesagt habe ich schon ok es war bestimmt irgendwas nettes zu Werner bestimmt wir könnten eigentlich spulen liebe Leute weil ob der Leo jetzt da fertig ist oder nicht ist er eigentlich Bumpe oder sehe ich das falsch? ich bin fertig euch machen hat er nicht mit gerechnet ne? das ist ja beschön das chill mal die Base ich pack ganze Schlüter jetzt Base chill mal die Base ähm so ah das Feld sieht ja gut aus Leo das hast du ja schön gemacht ah das hab ich hier gemacht ne hast du nicht ich weiß nicht was im Anfangsteil hab ich gemacht ich weiß nicht was du auf diesem Feld gemacht hast aber du warst nicht am globalen doch doch ich hab immer das Knöpfchen gedrückt zum hoch und runter und hoch und runter so ich stell den Trecker jetzt erstmal hinten herein in den Unterstand ah der Leo ist ja auch da hallo Leo hi na hi na geht das ein bisschen schneller? ich hab heute noch was vor nein das geht nicht schneller ein gut Ding wir beide haben also du machst das mit Tempomat ne? ja machst du das echt mit Tempomat? ja ja cool ah ah dieser Amateur ne? ohne Witz was tust du da zum Hinkerwehr Natsens? parken was tust du? parken guck geparkt wieso parkst du? du brauchst den Traktor gleich wieder du Chewbaccus Maximus ja aber bis dahin können wir doch parken Müsst du auch parken Leo? nee ich ich zieh jetzt mal die Zeit vor bevor mich der Leo überfährt ich möchte nicht parken ähm so lass mal gucken Pflanzen magstum schnell ist sowieso Wumpe und Pflanzensterben ist aus haben wir was vergessen? nee ne? können wir spulen ja ich spule jetzt einfach mal oh geht? ja ach so ist jetzt noch jemand oben? also ich bin bei BGA können wir mal aufsteigen damit ich da reingucken kann bitte danke wie viel hat's denn? 100% ne so läuft doch ist nur 17% ist voll äh wir geht ah ab 9 ne? es ist 9 Moment Fahrzeuge müssen raus wie ist er? bisschen zurück bitte aufdecken möglich Tag 9 18 Uhr ja wir warten jetzt bis sie kondensiert jetzt wie spät ist es bei euch? 9 Uhr 2 3 bei mir auch ah abdecken was aufdecken möglich ab 18 Uhr steht bei mir ja müssen wir noch spulen alter wir haben kein Geld mehr ne? wir haben minus aha oh wir haben das Wetter so 18 26 18 47 bei mir ist 18 48 ja Moment wartet ein bisschen bis das Nachtsöne kondensiert hat Momentchen Momentchen es wird gleich ab ja schütze alter was habt ihr für Wetter? bei mir ist gerade bewölbt so bei mir schütterts Patrick hattest du den Kurs schon fertig gehabt? ja auf A2 ok wieviel Meter? 5, schieß mich tot äh 2, schieß mich tot 18,49 ich hab 18,26 27 auf der 2 ist bei mir kein Kurs hast du den auch gespeichert gehabt? bist du sicher? 18,39 jetzt muss das aber gehen oder? ich mach dann meinen 9 ich mach dann meinen 9 ach wir müssen auf die Folie zeig mal aus bitte ne ich kann das nicht aufmachen warum kann ich das nicht aufmachen? haben wir etwas falsch gemacht? ach wir sind auch wir sind auch dumm sorry Leo war die 1 ne alles gut ähm äh oh kann das sein dass die BGA zu hat? ich verschoben aber ein Stück ne das muss ja auch egal sein eigentlich ne glaub ich ist ja nicht schlimm können wir nochmal können wir nochmal einen Tag vorspulen? 1 2 3 4 äh wegen mir klar wir können das nicht aufmachen wir können das nicht aufmachen weiß ich wo ne es geht nicht ja wieso nicht wir haben keine Auswahlmöglichkeit Leo es sagt zwar aufdecken möglich ab Tag 9 18 Uhr wir haben Tag 9 und wir haben 18.40 so was soll ich jetzt machen? keine Ahnung wie sieht die Uhrzeit aus? bei allen 18.40? 18.40 18.40 ja keine Ahnung speichern mal speichern mal was denn? gar nix so bei mir ist gespeichert hier was hast du für ein Kontostand? 283 ja ok das passt auch also ich oh ne geht nicht es geht ja nicht ja warte mal ich mach mir mal die Stunde voll der 120er vorlauf ist das ab 19 Uhr? kann ich mich zwar nicht vorstellen aber doch jetzt gehts guck die Stunde muss voll sein viel Spaß ok also wir brauchen wir brauchen 2 2 Seemaschinen noch ja und ein Traktor wenn ich das richtig gesehen habe ok das heißt wir brauchen noch 15.000 für die Seemaschine und ungefähr 20.000 für den Traktor 35.000 müsst ihr ja reinballern Jungs ich will einen Radlader joo welch auch für? alles klar Radlader da hat man sie noch gelobt am Anfang der Woche ne dass die so fleißig sind kannst du das so vergessen du kannst die Leute nicht loben die werden sofort übermütig ne ne aber muss keine 10.000er Schaufel sein ne 9.000 gehen auch ne ja Leo ich würde sagen wir lassen es heute mal gut sein wir lassen die Jungs mal ein bisschen schaufeln und dann sehen wir uns morgen wieder wenn wir ein bisschen Geld abkunden haben oder? joa machen wir so was sagst du dazu? wir lassen die Jungs jetzt ein bisschen schaufeln und wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben dann sehen wir uns dann wieder lass mich ganz kurz bei euch einsteigen bitte nur damit ihr seht wie viel Liter das sind damit ihr euch das ungefähr ausrechnen könnt nicht dass wir im Nachhinein solche Kommentare haben wie ihr cheatet doch ne 154.000 haben wir wir haben einen Preis von 8 könnt ihr euch das ausrechnen was es ungefähr gibt und dann sehen wir uns morgen wieder ne wir bedanken uns fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben da lassen und ja wie gesagt bis morgen machts gut ciao tschüss